Oh, und jetzt kommt die Trennung. Die spielt nach dem Kondensator. Ah, und vor der CIA. Okay, ich nehme auf. Äh, also nein. Okay, gucken wir mal da rein. Mhm. Aber warte mal. So, ich will nicht sehen, was hier abgeht. Ich weiß nicht, warum, aber als ich da jetzt hingeguckt habe, das sah für mich aus wie ein Bud Spencer, Isaac. War es aber nicht. Also man kann sich hier leider nicht groß umschauen. Aber ich habe Angst vor diesem Kapitel. Es wird sich hier wieder sehr vieles für Jodie ändern. Aber endlich erfahren wir, wie sie zur CIA kam. War sie nicht mehr gewollt? Wurde sie zu gefährlich? Danke, sie ist echt total schön. Mach's auf. Oh, so eine Tochter. Leaven hat eine Tochter. Oder besser gesagt, hatte. Es war ihre Spieluhr. Laura. Was ist mit dem Kind passiert? Ja? Nathan? Okay, ich sag's ihm. Nathan? Jemand namens Ryan Clayton will dich sehen. Er sagt, du weißt, worum es geht? Ja. Ich bin gleich wieder da. Das ist dieser unsympathische Typ da. Warte, kann man den verfolgen? Oh, die reden gerade. Hören Sie. Ich hab's ihr noch nicht gesagt. Ich brauch noch etwas mehr Zeit. Nein. Professor Dawkins, sie muss heute mitkommen. Ich... Das ist mein Auftrag. Herr Gott, sie ist doch noch ein Kind. Mein Assistent und ich, wir sind die einzige Familie, die sie hat. Sie hat doch keine Ahnung von dem, was draußen ist. Klar. Dawkins, ich verstehe, was Sie meinen. Okay? Im Ernst. Aber Auftrag ist Auftrag. Ringen Sie sie zu mir, oder muss ich sie holen? Was ist ein Dreckskerl. Jodie? Kannst du mal herkommen, bitte? Das wird jetzt ganz hart. Was? Was ist denn los, Nathan? Ist was passiert? Jodie? Das ist Ryan Clayton von der CIA. Die Agency... Die Agency will dich als Teil ihres militärischen Schulungsprogramms in Camp Peary. Ryan wird sich ab jetzt um dich kümmern, Jodie. Jodie, du musst mitgehen, Kleines. Heute. Das ist ein Scherz, oder? Ich werde nirgendwo hingehen. Ich bin kein Kind mehr. Ich bin fähig, allein zu entscheiden. Niemand kann mich zwingen, zu gehen. Jodie, du weißt... Es ist schwierig, aber... Du musst das verstehen. Das ist eine... Großartige Gelegenheit für dich. Du kannst der CIA sagen, die können mich mal, denn ich werde hier nirgendwo hingehen. Scheiße, hören Sie, Miss Holmes. Ich habe keine Zeit für Ihren lächerlichen, kindischen Blödsinn. Okay? Sie können Gift verspritzen, wie Sie wollen, aber Sie werden machen, was man Ihnen sagt. Geh und fick dich doch. Das war's. Wir gehen. Sofort. Finger weg, Arschloch. Jodie. Jodie, stopp! Und zwar sofort! Ich hole schnell mein Zeug. Nur das Nötigste. Alles andere ist in Camp Perry. Wie unglaublich hart. Das muss man sich mal vorstellen. Sie hatte nie ein Zuhause. Nie wirklich Menschen, die sich um sie gekümmert haben. Und klar, sie war hier mehr oder weniger eingesperrt. Aber sie hat sich gut verstanden mit Nathan. Sie waren ihre einzigen Bezugspersonen. Und das war schon okay hier. Und jetzt soll sie wieder weg. Von heute auf morgen. Kann ich denn nichts tun? Ich meine, gut, natürlich kann ich den Lauf der Geschichte nicht verändern, aber... Vielleicht kann ich es hier irgendwie einfacher machen. Weil das ist leicht gesagt. Ihre Welt bricht erneut auseinander. Ich glaube, da hilft gar nichts. Ach so, ich kann jetzt Sachen einpacken. Was? Was? Nein! Oh shit! Ich habe das Foto ihrer... Adoptiv... Ich wollte das in die Tasche stecken. Oh fuck! Aber okay, ich glaube, die... ... hatten sowieso nichts mehr von ihr. Und sie kamen mich auch nie besuchen. Nicht einmal die Mutter. Das Foto der 2 kommt aber mit. Kann aber auch sein, dass ich mit meinem Ausraster, als ich den Adoptivvater killen wollte, da ein bisschen was beeinflusst habe. Das weiß ich halt jetzt nicht. Nein, der kommt mit! Alter, diese Steuerung, ey! Den hatte ich schon seit sie ganz klein ist. Er war immer überall dabei. Und auch wenn sie aus dem Alter raus ist. Der muss mit. Oh scheiße, das tut echt weh, das zu sehen hier. Jetzt noch irgendwas Wichtiges. Ich glaube, es gab nur die drei Sachen und das eine Foto habe ich ja kaputt gemacht, außer... aus Versehen. Aber ich glaube, jetzt gehen wir lieber... ... je länger wir hierbleiben, desto schwieriger wird das. Nicht nach hinten sehen. Nach vorne schauen. Nein, tu das nicht. Bleiben, gehen. Okay, Moment. Ich will noch einmal kurz in ihr Zimmer gehen. Vielleicht spielt das eine große Rolle, was man mitnimmt und was nicht. Oh, da kann man sich noch hinsetzen. Oder ist da was unter dem Bett? Nein, das ist nur zum Verzweifeln. Das ist, wie gesagt, jetzt nicht der richtige Weg. Ich meine, ich verstehe es, aber... Das ist nicht richtig. Kann man vielleicht mit Aiden noch irgendwas finden? Ich kann auf jeden Fall mit einer Menge Dinge interagieren. Irgendwie glaube ich, ich kann mit Aiden nur meine Füße rauslassen. Ja. Und das bringt uns ja jetzt auch nicht weiter. Da ist noch ein Bild der Adoptivmutter, oder? Oder wer zur Hölle ist das? Ich gehe noch mal kurz zum Schreibtisch. Aber, nee. Ich finde nichts mehr. Wahrscheinlich gibt es noch was, sonst würde die Meldung ja nicht kommen, aber... Was soll's. Es wird schon nicht so wichtig sein. Keine Sorgen. Mann, du machst das sicher gut. Mann. Du wirst mir ja so sehr... Prinzessin. Ich komm dich besuchen, sobald ich kann. Ich lass dich nicht im Stich. Das weißt du, oder? Ich werde immer für dich da sein. Wir müssen los. Unglaublich traurig. Die Trennung Dawkins über das Geschehen berichtet Ja, natürlich Clayton und Dawkins ausspioniert Und Clayton bedroht Überall war der Mehrheit dabei Wie geht es weiter? Mit dem Abendessen Nach der Botschaft Also wir sind mittendrin im CIA-Leben Ja? Jody, hey, hier ist Ryan Ryan Hast du meine E-Mail bekommen? Welche E-Mail? Die von vor drei Tagen Also ich habe gerade Probleme mit meinem Computer Was stand in der Mail? Essen, heute schickes Restaurant Naja, heute ist es zu spät dafür Vielleicht ein andermal? Scheiße Scheiße, tut mir echt leid Ich... Warum kommst du nicht einfach nachher zu mir zum Essen? Du wolltest doch sowieso mein Apartment mal sehen, also... Äh, klar, aber... Wie, wer es so macht? Okay, ja, ich bringe uns einen super Wein mit Bis später Das ist doch jetzt nicht ihr Ernst Du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass sie sich in den verguckt hat Ich weiß, du warst das mit meinem Computer Dir ging's um diese Mail von Ryan Das geht dich nichts an, Aiden Ich kann tun, was ich will Verdammt Verdammt Wir fangen das nicht wieder an Ich gehöre nicht dir, Aiden Ich kann Beziehungen haben, mit wem auch immer ich will Aber doch nicht der Das ist mein Leben Hörst du mich verflucht nochmal? Das ist mein Leben Weißt du was? Zufällig finde ich Ryan echt gut Er ist charmant, er ist intelligent, er ist witzig Und ich glaube, ich hab mich verliebt Ja Ja, doch, ich weiß, was damals passiert ist in der Bar Vielen Dank, dass du mich daran erinnert hast Ryan ist nicht so ein Kerl Okay Okay Es ist sieben Uhr Und wie der so ein Kerl ist Da bin ich mir sogar ganz sicher Dieser schmierige, falsche Dreckslappen Oh Gott, das ist doch nicht wahr Frauen fallen ja leider sehr häufig Auf die falschen Typen rein Genau das befürchte ich auch hier Und ich denke, Aiden hat da Einen Sehr guten Sinn dafür Ich meine, der will ihr ja auch nur helfen Aber alter Das Apartment ist echt nicht verkehrt Du Aber vielleicht erst mal was anziehen Wenn wir ihn in den Unterhosen Begrüßen, dann Ist das ja wie eine Einladung Okay Dreckwäsche In den Korb im Badezimmer Wenn ihr versteht, was ich meine Das wird das ganz falsche Zeichen Okay Da Offensichtlich will sie jetzt aber erst mal die Wohnung aufräumen Weil die Ja Teilweise Jetzt nicht So sauber aussieht Und Aiden ist bockig Oh Gott, da liegt ja richtig viel noch rum Hey Ist ja Wahnsinn Ähm Joa Das sieht schon keiner, ne Genau Oh Und wir haben hier tatsächlich auch ein Zeitlimit Ja gut Ganz ehrlich Am liebsten würde ich alles so lassen, wie es ist Weil Ja Ich will von dem nichts Oh mein Gott Mein Gott Das Dinner Da ist bestimmt noch irgendwas in der Küche Meinst du? Genau Den Abfall in die Küche Wo ist die Küche? Äh Da sind wir vorhin durch Schlafzimmer Ich kann hier leider auch die Kamera nicht richtig drehen Daher muss ich die Küche suchen Aber das sah doch schon mal gar nicht so verkehrt aus Ja Äh Wo ist der Müll? Hm? Ja Den Abfall in die Küche Ah da Rein damit So Wie gesagt am liebsten würde ich alles so lassen Weil wenn er dann kommt und sieht wie dreckig es hier aussieht Vielleicht hat er dann gar keinen Bock mehr auf sie Ich muss etwas finden das höchstens eine Stunde dauert Mit den Resten aus dem Kühlschrank Was hast du denn im Kühlschrank? Ah sie hat Pfanne Das sieht gut aus Und das ist nicht zu kompliziert Was haben wir noch? Curryhühnchen mit überbackenem Gemüse Hm Das muss etwas länger in den Ofen Aber Aber klingt machbar Pizza Lieferung Ich meine Nicht Direkt was für Gourmis Aber Kein Vorbereiten Kein Abwaschen Klingt doch ganz gut Ehrlich gesagt hat er nur eine ganz ganz billige Pizza verdient Aber Ich habe Hunger auf Curry Los Ja Hühnchen Curry Was Leckeres zum Wohlfühlen Ja das wird ihm gefallen Ich meine solange ich es nicht voll verbocke Das heißt Wir sollten es verbocken Nein Spaß Ich gebe mir auch Mühe Ich glaube jetzt nicht dass das Essen so viel beeinflussen wird oder? Ja Außer er sucht eine Frau die für ihn kocht Weiß ich ja nicht Ich hoffe mal das Fleisch ist aus Freilandhaltung Ohne Gentechnik Ja was zur Hölle Aiden Übertreib nicht Moment Was wenn das nicht Aiden ist? Aber da sie nicht stutzig wird muss sowas ja schon häufiger vorbekommen sein Aiden ist eifersüchtig Oder Er hat einfach nur ein besseres Gespür als sie Und ich bin der gleichen Meinung wie er Mit dem Typen sollte sie nichts anfangen So das Essen Kostet natürlich eine Menge Zeit Ich habe noch immer nichts gefunden was ich mir anziehen kann Also ich würde mir schon ganz gerne eine Hose drüber ziehen Was? Was? Mist Mist er ist zu früh Ich komme Das ist doch jetzt nicht mehr ernst Ich habe keine Hose Und auch wenn ich den Anblick genieße Er hat das nicht verdient Wo ist überhaupt die verdammte Eingangstür? Ach hier Ich bin der Ich bin der Ich bin der Ich bin der